Willkommen bei Haus für Experten. Mein Name ist Monika und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Projektfotos auf Ihr Profil laden, um Einsicht in Ihrer Arbeit zu geben. Ich gebe Ihnen wichtige Tipps, wie Sie sich und Ihr Unternehmen bestmöglich präsentieren können. Gehen Sie als erstes auf Mein Haus und klicken auf Fotos oder Dateien hochladen. Diesen Bereich finden Sie auch auf der rechten Seite, wenn Sie Ihr Profil öffnen. Auf dieser Seite können Sie nun die Projektinformationen ausfüllen. Sie können entweder Fotos zu einem bestehenden Projekt hinzufügen oder ein neues Projekt erstellen. In Projekten zeigen Sie Fotos, die zusammengehören, zum Beispiel Fotos, die zum gleichen Objekt, Bauherrn oder Raum gehören. Um Ihr Profil übersichtlich zu gestalten, laden Sie am besten mehrere Projekte auf Ihr Profil. Geben Sie nun weitere Informationen zum Projekt, wie Ja, Budget und Postleitzahl ein. Hinzu kommt die Kategorie und die Suchbegriffe. Vergewissern Sie sich, dass die Fotos den Anforderungen auf der rechten Seite entsprechen. Je höher die Auflösung, desto besser. Klicken Sie dann auf den Bereich Fotos oder Dateien auswählen und markieren alle Fotos, die Sie hochladen möchten. Dann klicken Sie auf Upload. Als nächstes können Sie den einzelnen Fotos noch weitere Informationen hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Schließen. Als nächstes sehen Sie eine Übersicht. Wenn alles gut aussieht, können Sie auf Fertig klicken. Und schon haben Sie Ihr erstes Projekt auf Haus hochgeladen. Sie können aber auch jederzeit alles verändern, indem Sie auf Projekt bearbeiten klicken. Das war es schon. Sollten Sie noch Fragen haben, dann melden Sie sich bei uns unter support.haus.de und das war es schon.